Ja, kommen wir zum KodiaGEC. Stefan, kommst du gleich mal runter. Was ich hier gut finde, wir haben eine Rückfahrkamera, die ist optional erhältlich, allerdings mit Sprühdüse. Das heißt, weil ich auch mal gesagt habe, dass die dreckig werden, wie das letzte Mal bei Macan, dass man irgendwann nichts mehr sieht. Zack, hier spritzt man und dann ist sie wieder raus, das finde ich gut. Ja, dann haben wir hier LED-Rückleuchte, die sind Serie. Optional ist LED dann in dieser Kristalloptik. Das erkennt man hier an der Seite, Stefan, wenn du mal rüberkommst, haben die so eine Kristalloptik und das kostet extra. Dass ihr da weiß, wir haben hier optional 4x4 drin mit dem 7-Gang DSG. Ja, wir haben Packtronik nach hinten, das ist auch optional erhältlich in der Grundvariante. Ähm, ist das nicht dabei, ja. So, wir haben eine elektrische Klappe. Die lässt sich ein bisschen Zeit, ist okay. Was gut ist, sie hat auch wieder einen Eingämmschutz, den testen wir mal, ob der auch funktioniert, dass die anderen keine Angst haben müssen. Bleibt da stehen, geht nicht hoch, bleibt dann stehen in dem Fall, ist es okay. Der Druckpunkt ist nicht arg. Draufdrücken, dann geht sie wieder zu. Und dann müssen wir jetzt halt einfach nochmal aufmachen. Dann geht sie wieder ganz hoch, man kann sie aber auch individuell einstellen, wenn man irgendwo eine Garage hat, kann man sich das einstellen lassen. Fragt noch euren Händler, der macht das. So, wir haben in dem Fall hier den 7-Sitzer. Haben, wenn wir die 7-Sitze ausgefahren haben, sagen wir mal einmal, das geht zack, ratzi-fatzi einfach. Ja, dann haben wir hier 270 Liter Ladevolumen. Werden wir sie wieder umklappen. So. Hier. Zack. Das geht ganz einfach, wirklich. Dann haben wir wieder die ebene Fläche. Dann haben wir 630 Liter Ladevolumen. Und wenn wir jetzt umklappen, das machen wir jetzt, hier kräftig ziehen, zack und zack, dann fallen die nach vorne. So, und dann haben wir hier eine ebene Ladefläche von 2005 Liter. Haben wir nur 5 Sitzer, haben wir hier hinten 720 Liter Ladevolumen und 2065 Liter. Ja, also haben wir dann ein bisschen mehr. Tankvolumen haben wir 60 Liter. Und wir haben hier auch optional eine Anhängerkupplung. Hänger. Optional haben wir hier noch eine Anhängerkupplung. Die ist elektrisch ausfahrbar. Hier nur den Hebel ziehen. Zack. Dann kommt sie schon hier raus. Einfach hoch. Thema erledigt. Das Gleiche. Wieder ziehen. Dann geht sie runter. Und dann halt. So, dann einfach wieder unten rein. Und dann ist das Thema erledigt, ja. Was ich auch gut finde, die Kofferraumbeleuchtung ist gleichzeitig, ist aber optional. Eine kleine Lampe. Zack. Kann man anmachen. Finde ich cool. So eine kleine LED-Taschenlampe und ansonsten wieder reinstecken. Dann ist es die ganz normale Innenraumbeleuchtung. Wir haben hier noch ein paar Haken. Finde ich auch gut, um was anzuhängen. Wir haben hier ein paar Fächle. Hier ist das ganze Netz drin. Wo wir Sachen einspannen können. Was hier ein bisschen fummelig ist, das hakt hier. Also da müsst ihr ein bisschen rüber drücken. Das meiste bleibt sich an der Kante hängen. Hier, doppelt der Boden haben wir noch. Da ist dann in dem Fall das Rollo drin. Den kann man auch hier, finde ich, auch gut gelöst. So reinstecken, dann bleibt das stehen. Muss man das nicht heben. Kann man das jetzt sauber machen. Und schon ist das Rollo verstaut. Man muss es nicht irgendwo in die Garage schmeißen. Finde ich auch gut gelöst. Auf der anderen Seite haben wir dann noch, hier ist auch das Zeichen drauf, Verbandskasten ist hier drin, etc. So, ja, zur Vollstecknossache haben wir noch. Das war's von hier hinten, würde ich sagen. Ab zur Rücksitzbank, bis gleich. Ja, kommen wir schon zum Tankdeckel vom Kodiak. Da gibt es eine coole Sache. Und zwar ist hier serienmäßig ein Eiskratzer drin. Zack, den einfach rausnehmen. Und dann kann man hier seine Scheibe kratzen. Dann tut man wieder hier rein. Und das Ding ist aufgerollt und man muss nicht irgendwo im Auto rumkuscheln. Und man findet es ja klein. Was wir hier noch haben, ist die Handstoff, ähm, wie sagt man? Einspritzung. Einspritzung. Ja, oder ist das ja die Einspritzung? Für dich halt. Kann man da einspritzeln? Handstoff, einspritzeln. Wahnsinn. Kommen wir kurz, ähm, zum Tankdeckel, weil da ist was Cooles drin. Einfach draufdrücken. Und zwar serienmäßig ein Eiskratzer. Das finde ich gut, weil dann muss man nicht irgendwo ins Auto rein tun. Und der ist eh dann immer mal ein bisschen nass oder so. Dann ist er hier wirklich, zack, hat seinen Platz. Verstaut, Thema erledigt. Dann ist ja noch der Handstoffeinfühlstutzen. Den brauchen wir auch. Hat es gerade vorhin angezeigt. Hebt noch 8,5.000 Kilometer. Ja, und dann ganz normal unser Diesel. Das war's schon. So, jetzt gehen wir vor, zur dritten Sitzreihe und zur zweiten Sitzreihe. Bis gleich. Jetzt fährt hier automatisch ein Türkantenschutz raus. Finde ich eine coole Geschichte. Haben aber auch schon andere Hersteller. Zum Beispiel Ford Focus hat das auch. Aber finde ich toll. Funktioniert auch super. Also dann fährt hier dieser Mechanismus praktisch nach außen weg. Und wenn ich zu mache, sieht man wieder. Zack, dann fährt es automatisch rein. Also wirklich ratz-ratz geht das. Öffnet weit. Aufpassen, wegen den Nachbarn sitzen. So, dritte Rücksitzreihe. So, mit Klappen nach vorne. Das geht einfach. So, und dann setze ich mich mal hier rüber. Die Bank ist jetzt relativ weit vorne. Die kann man eher verstellen. Finde ich auch gut. Ja, also 1,78 ich jetzt. Bedingt. Etwas kleinere Personen gehen hier schon rein, muss ich sagen. Von dem her. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Ablagefächler. Hier kann ich mich dann anschnallen. Ich finde, das ist auch gut gelöst. Das hängt ja nicht irgendwo rum. Sondern einfach hier ein. Zack. Thema erledigt. Und das auf beiden Seiten. So, jetzt komme ich wieder vor. Übrigens ist 60-40 umklappen, ist Serie. So. Klappen wir wieder zurück. Ganz nach hinten schieben. Und dann zurück. Weil sonst nimmt ihr die Position ein, wo man die Lehne zurückklappt. So. Gehe ich mal da rein. Mittelkonsole, glaube ich, auch hoch. Jetzt gehe ich ganz rüber. So. Und jetzt kann man hier wieder das verstellen. Finde ich super. Gibt hinten nochmal mehr Laderaum, ja. Und wenn ich hier ziehe, die Lasche hier, Stefan, dann kann ich meine Rückenlehne verstellen. Dann kann ich mich da wirklich gechillt hinlegen. Das ist auch optional erhältlich. So wie auch das Läde Alcantara. Das ist eine Extra-Ausstattung. Und ja, da legt man schon ein bisschen Geld hin. Wenn du gerade unten bist, Stefan, hier auch sehr gut, gut zugänglich. Kinder Isofix, ja. Die Mittelarmlehne ist, finde ich, auch sehr stabil. Passen jetzt nicht die Mega-Flaschen rein, aber wie gesagt, kleinere Dosen und sowas, gar kein Problem. Vom Sitzen her, also man hat wirklich viel Platz hier drin, nach oben, super Platz. Was ich auch gut finde, optional Sitzheizung für die beiden äußeren Sitze. Sehr gut. Dann kann man hier noch die Temperatur regeln. Von hinten extra, finde ich auch gut. Und was ich toll finde, wir haben hier einen USB-Stecker. In dem Fall, wenn man zwei bräuchte, finde ich besser. Aber dann kann man ja hier so einen Adapter kaufen für einen Zigarettenanzünder, dann passt das auch. Und eine 230-Volt-Steckdose. Klasse. Alles erhältlich. Also da haben sie schon mal für die Generation heute mitgedacht. Es gibt auch noch Ausklapptischler, Entertainment-System. Und es gibt zum Beispiel auch so eine Halterung, wo man den Kopf reinlegen kann. Dann fällt der nicht hin und her. Finde ich auch gut. Ja, jetzt gehen wir vor zur Front. Zum Armaturen-Check, etc. Bis gleich. Ja, kommen wir zum Armaturen-Check, Ausstattungs-Check. Wenn du gleich mal vorgehst, Stefan, zu deiner Tür. Da, finde ich auch toll gelöst, ist ein Regenschirm drin. Richtig klasse, optional erhältlich. Finde ich auch gut. Dann ist er auch aufgeräumt, wie der Eiskratzer, den wir vor erklärt haben. Tolle Geschichte. So. Hier Alcantara haben wir auch schon drüber. Das ist optional erhältlich. Hier auch nur Leder, etc. Sitze, Memory-Funktion, verstellbar Kosten extra. Dann haben wir hier, finde ich auch gut, leider nicht abschließbar, Einstaufächle. Dann das normale Handschuhfach. Auch etwas kleiner geraten. Dann sind hier die ganzen Slots, wo wir so benötigen. Und es ist natürlich auch kühlbar, ja. So. Können wir auch weg ausschalten? Ja, rechts. Airbag ausschalten. Ja, dann haben wir hier in dem Fall eine 7-Gang-DSG, 4x4, steht auch schön drauf. Es gibt auch noch 6-Gang-DSG für die kleineren Motoren und 6-Gang-Schaltung gibt es auch noch. Oder nur 2-WD-Frontantrieb. Serienmäßig haben wir Klimaanlage. Hier ist die Klimatronic drin. Mit Sitzheizung, wenn man das mal anschaltet. Dann haben wir hier auch den Punkt Lenkradheizung. Ist optional auch erhältlich. Finde ich cool. Vor allem, wenn das Auto immer draußen parkt. Ja, im Winter. Kann man es einschalten. Oder hier manuell auch wieder runter machen. Sehr gut gelöst, wenn wir gerade beim Bildschirm sind. Alles Touch. Also man kann hier wirklich alles. Telefon, Verkehr. Dann haben wir hier Fahrzeugeinstellungen. Geht man hier drauf. Das funktioniert alles super. Mit wenig Druck. Also ratzfatz. Gehen wir wieder zurück. WLAN haben wir an Bord. Wir können hier Hotspot machen. Alles optional erhältlich. Also wirklich vom Grundding her. Wirklich gut gemacht. Mit den Schnellwahlpunkten. Sensationell. Bloß wir haben immer noch nicht den Schalter gefunden. Wo man die Sprachverstärkung nach hinten ausschaltet. Ja, so. Wie gesagt, man kann es dann auch größer und kleiner machen. Also wirklich, das funktioniert super. Ja, was ich hier gut finde. Wenn man das zurück macht. Jetzt müssen wir auf unsere 360 Grad Kamera ein bisschen aufpassen. So, kann man hier. Jetzt haben wir hier Cupholder drin. Für Getränke. Jetzt drehen wir es rum. Dann können wir so irgendwie ein Handy reinlegen. Oder ein bisschen Kleingeld kruscht oder so. Dann haben wir hier noch Fächle. Oder mit dem Nimmens ganz raus. Dann haben wir was ganz Großes. Also wirklich gut gemacht. Zack. Wieder runterfahren. Nach vorne schieben. Und gechillt ablegen. Lenkrad in der Höhe und in der Länge serienmäßig. Dann haben wir hier noch Schalter. Wie gesagt, für unsere Assistenzsysteme. Hier können wir die verschiedenen Punkte nachher anzeigen lassen. Was wir auf dem Display haben wollen. Wie gesagt, Tempomat Distanz-Regelung kostet extra. Vier-Elektrische Fensterheber mit Einklemmschutz. Das zeige ich. Hammer Serie. Zack. Funktioniert. Super. Kardonanlage kostet extra. Und die rumpst aber auch richtig gut. Also wenn man auf Musik steht. Auf guten Klang. Dann solltet ihr das dazu nehmen. Dann haben wir hier noch eine Parkzettel-Halterung. Wenn ich es mal. Sessionmäßig dabei. Reinklemmen. Muss man den Zettel nicht irgendwo hier hinwurschteln. Finde ich auch super. Ja. Ablagefächer haben wir genug. In den Türen haben wir noch wirklich viel Platz. Hier unten habe ich noch unter dem Lenkrad. Habe ich noch ein Fach. Da kann man Besiktkarten etc. reintun. Hier gefunden. Fahrt hier aus. Kann man noch den Kofferraum aufmachen. Da piepst er in dem Fall. Hört man. Ja. Ansonsten würde ich sagen. Okay. Hier haben wir noch ein Brillenfach. Ja stimmt. Dann haben wir noch einen SOS-Knopf. Falls irgendwie Panik sein sollte. Unfall etc. Kann man den drücken. Leselampen. Und dann hört man. Wie das verstärkt. Ja. Je nachdem wie man es lassen will. Jo. Jetzt würde ich sagen. Gehen wir ab. Zum Achse-Check, zum Front-Check, zum Motor-Check. Bis gleich. Der schaltet natürlich so nachher alles zu. Wie er es braucht. In der Grundversion haben wir hier 17 Zoll Stahlfelgen drauf. In dem Fall sind es hier 19 Zoll. Serie hat er 18 Zoll drauf. Ja. Alufelgen. Also wie gesagt. Hier haben wir 19 Zoll optionale Alufelgen drauf. Und wir haben natürlich auch ein Sperrdifferential drin. Damit die Kraft nachher auch schön verteilt wird. Gehen wir mal über zur Front. So, ich nehme mal die 360-Grad-Kamera mit, Stefan. Jo. So ein bisschen erinnert er mich an. Das ist ein Land Rover. Genau. Habe ich auch gesagt. Der E-Walk zum Beispiel. So ein bisschen die Form. Aber ich finde wirklich von vorne richtig gut gelungen. Serienmäßig hat er an Bord Halogen. Schauen wir mal vor. Und optional, wie jetzt hier, ist LED-Licht drin. Ja. Und auch LED-Abbiegelicht. Also das haben sie schon richtig gut gemacht. Das würde ich auch empfehlen. Weil das Licht ist schon wirklich genial. Ja. Dann haben wir noch Park-Sensoren vorne. Und hier, Stefan, sehen wir auch, hier ist das Abstandssystem drin. Und auch die kleine Frontkamera. Die sehen wir hier. Also die werden auch immer kleiner. Die sind fast nicht mehr zu erkennen. Und im Außenspiegel haben wir die Kamera auch. Das habe ich vorher vergessen. Und zwar sitzt die hier drunter. Die Kamera. Siehst du das? Das ist das 360-Grad-View. Was hier mit an Bord ist. Und dann haben wir noch Fußboden-Ausleuchtung. Ja. Jetzt würde ich sagen, zur Front haben wir nicht viel zu sagen. Sieht gut aus. Gelungen. Gehen wir über zu den Motorvarianten. Bis gleich. 26. Kommen wir zu den Motorvarianten. Schicksal Motorhaube. Wir haben Haubenlifter. Finde ich gut. Müssen wir nicht hier rumwusteln. Ja. Wir haben drei Benzinvarianten. Einmal 1,4 TSI mit 92 kW. Das heißt 125 PS. Dann haben wir den 1,4 TSI mit 150 PS. 110 kW. Dann 134 kW bzw. 180 PS ist dann 2 Liter Benziner. TSI Motor. Und dann haben wir noch zwei Diesel. 110 kW. 2 Liter mit 150 PS. 360 Newtonmeter hat der. Und diese Kraftbüchse hier auch 2 Liter mit 140 kW. in dem Fall 190 PS. Der hat 400 Newtonmeter. Lauft knapp 200 kW. Der darf 2,2 Tonnen ziehen. Das ist auch okay. Ja. Ja. Und ansonsten. Wir haben ein Ölmessstab. Mach immer. Wie schön. Ja. Das sieht man. Ölmessstab finde ich gut. Masseinfeldstutzen ist hier vorne auch gut zugänglich. Ja. Und ansonsten. Ja. Bekannte Motoren hier drin. Ja. Weil hier steht überall Auto und VW drauf. Aber trotzdem. Gute Sache. Ja. Batterie sitzt auch hier vorne in dem Fall. Ja. Jetzt gehen wir ab. Würde ich sagen. Stefan. Fahrcheck. Ja. Zum Fahrcheck. Fahrcheck. Bis gleich. Ciao. So Stefan. Sprachenchecker. Fährt jetzt den neuen Skoda. Jo. Den neuen Skoda SUV. Ja. Ich habe jetzt mal Gas. Ich bin jetzt im Ökomodus. Ich habe Gas. Man merkt, dass er sofort die Gänge hochschaltet. Im Ökomodus. Ja. Und wenn man vom Gas geht und sich im Schubbetrieb befindet, dann geht er sofort in den Leerlaufdrehzahl. Er nimmt jetzt den Gang raus, Leerlaufdrehzahl und wir segeln vor uns hin. Wenn wir aufs Gas gehen, zack, tut er wieder entsprechend einkuppeln. Die Drehzahl passt sich an. Durch eben den Ökomodus, ja. Jetzt gehen wir mal zum Sportmodus. Zack, kann man kurz umschalten. Sportmodus. Jetzt wird er nicht mehr in den Leerlauf gehen, wenn man sich im Schubbetrieb befindet. Und hier die Drehzahl auch ein bisschen höher und die Gänge werden höher ausgedreht. Ja, was er dann nicht macht im Sportmodus, die Start-Stop-Funktion bleibt an. Also wenn man an die Ampel fährt, dann bleibt der Motor auch aus, ja, wenn alle Parameter erfüllt sind. Und wenn eines nervt, muss man es halt noch ausschalten. Genau. So, gehen wir in die Kurve. Ich bin jetzt im Sportmodus. Was mir jetzt schon ein bisschen fehlt, im Sportmodus könnte der Fahrbahnkontaktdirektor sein, vom Vermittler her. Also das fühlt sich sehr indirekt an. Da ist mir zu wenig Unterschied zum Öko- oder Komfortmodus. So, ich brems jetzt mal kurz. Mario, hinten kommt keiner. Halt dich gut fest. Achtung, Moment. Und los. So, macht er gut. Macht er gut. So, jetzt geben wir mal Gas wieder. Wunderbar, ne? Ja, es schaltet sauber durch. 1,9. Toll, ne? Genau. Jetzt sind wir im Vollautomatikmodus. Jetzt kann man jederzeit auch noch selber schalten mit den Pedals. Da bin ich ja echt ein Fan davon. Sag ich immer wieder. Oder hier im Schaltknopf rechts rüber drücken. Kann man auch noch selber schalten. Hoch oder runter. Geht da rüber. Zieht ihn runter auf D. Macht dann wieder alles selber. Okay. Natürlich haben wir alle Fahrassistenzsysteme an Bord. Was klassenüblich ist. Wir haben Todwinkelassistent, Spurhalteassistent, Dörleassistent. Also alles top. So weit. Wenn man es ausschalten möchte, muss man hier ins Menü einmal die Taste drücken. Dann kann man hin und her switchen. Dann kann die alle ausschalten. Andere Hersteller haben so eine Tasterleuchte, wo man es direkt ausschalten kann. Ist vielleicht an der Stelle ein bisschen besser. So muss man erst ins Menü rein und dann erst ausschalten. Das Ganze. Okay. Liegt ganz gut in der Kurve. Man muss sich überlegen. 1,9 Tonnen haben wir hier. Das arbeitet auch ein bisschen. Genau. So, Kollegen auch passend hier kommen. Ja, im Sportmodus schalte ich jetzt mal runter. Man merkt, er macht Zwischengas. Oh, beim Diesel. Oh, gleich. Ja, beim Diesel brauchen wir es nicht unbedingt. Ja, ist halt einfach so das Sportliche ein bisschen betonen. Genau. 190 PS, wie viel Newtonmeter da haben wir? Gute Frage. Okay. Das sage ich nachher an Jack. Okay, passt. Ja. Für 1,9 Tonnen auf jeden Fall in Ordnung. Absolut. Man muss es mal runter schalten. Okay, fahren wir in Kreisverkehr. Gucken wir mal, wie er in der Kurve liegt. Im Kreisverkehr. Ja. Also man fühlt sich sicher. Klar SUV-typisch. Man sitzt schön weit oben. Ja. Hatte schöne Übersicht. Schön gechillt, ne? Ja. Das ganze Thema. Ja, schönes Lederlingrad. Fühlt sich auch gut an. Die Pedals in Serie mit dem 7G. Ja, aber was ich jetzt wieder höre, empfand, wenn man Gas gibt. Der arbeitet irgendein Motor, ne? Irgendein Sucher, das schallt durch in den Innenraum. Das gefällt mir jetzt persönlich nicht. Ja, hörst du das so? Ja, immer so ein Suchen. So eine Katze drin, oder? Ja, miau. Miau. Okay. Okay. Schön was. Also von meiner Seite aus, ja, mein erster Fahreindruck, jetzt würde ich sagen Mario. Darfst du mal ran an die Steuer? Ja. Viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Skoda. Bis gleich. Ciao. Ciao. So, Checkerfreunde, Mario fährt. Wir haben gleich festgestellt, dass der Rentekreis, 12,1 oder sowas. 12,1, okay. So. Und nicht vergessen, 360 Grad alles. Ja. Du bist jetzt wieder ein Sportmodus, Mario, gell? Gut. Was mir gleich auffällt, mir fehlt ein bisschen Schenkelauflage nach vorne. Na gut, wenn wir auch große Füße. Ein bisschen Badmänner sind die Beine. Beim Schwabe sind die Füße. Oh, die Füße, halt. Ne, wirklich, also ein bisschen ein Tick mehr Schenkelauflage, auch zu den Ecken hin. Ich finde, die Seitenauflage, also die Seitenwangen hier, die hören mir zu früh auf. Der ist bloß irgend so ein kleiner Puppel. Ja, gut, stimmt schon. Wir haben Memory-Funktion, elektrisch, alles Option. Was ich gesehen habe, Tempomat, Distanzregelung etc. Muss man hier über den Hebel machen und nicht über das Lenkrad. Okay. Aber das Raumgefühl ist schön. Man hat wirklich nach oben auch einen richtig schönen Platz. Ja, das gefällt mir auch. Das ist wirklich, der ist schon groß geworden. 4 Meter, fast 4,70 Meter lang. Der ist schon ordentlich. So, jetzt gehen wir mal im Menü. Öko. 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 Na, hast du das gehört mit dem Pedal? Ja. Also, wenn man schnell vom Pedal runter geht, so ein Ploppen hört man da. So ein Bremspedal. So, jetzt fahren wir Öko. Hier, das Richtige für uns. So, Kurve. Ja, macht er eigentlich ganz gut so, gell? Ja. Klar, man hat halt SQ-typisch, nicht so den Mörderseiten halt. Das reicht. Das reicht. Aber man merkt, man muss jetzt das Pedal mehr durchdrücken, dass überhaupt ein bisschen Leistung kommt. Vom Lenkrad her, okay. So, jetzt gehen wir mal. Sportmodus. Sportmodus. So. So, jetzt nimmt das Glas gleich viel schneller an. Ja, den zurückschalten. Ja. Ja, also vom Lenkrad her, wie du sagst, so viel Gefühl gibt es dann nicht zurück. Ja, ist relativ indirekt. Ja. 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 Hier haben wir Räte, da können wir die ganzen Sachen einstellen, wie jetzt im Mittelbereich vom Display, Kennzeichen, Verkehrskennzeichenerkennung etc. Sack 1970, das waren wir auch. Auch ein schönes Farbdisplay. Ja, ich finde, haben sie schön gemacht. So. So, also von unten raus, so im Mitteldrehzahlbereich drückt er eigentlich ganz gut hoch, gell? Ja, ja. Schalt dieseltypisch, oben raus wirkt ein bisschen gequält. Ja. So, hinter uns kommt nix, jetzt geh' ich auch mal runter. Boah, das macht er schon gut für sein Gewicht. Ja. Sportmodus. 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 Sportmodus, ja. So. Ja, aber ich finde, er schiebt gar nicht so arg über die Vorderachse, ich habe jetzt mehr erwartet. Okay. Ja, also ich habe jetzt dachte, er schiebt mir ein Stückchen mehr, aber das macht er ganz gut. Ne, so ein eigentlich relativ angenehmes Fahrmittel, ne? Ja. Sprachsteuerung haben wir noch, hier über den einen Knopf kann man die Assistenzsysteme anwählen, nicht direkt mit Knöpfen, wo es vielleicht schneller gehen würde. Ja. Das habe ich ja vorher schon erwähnt. Ja. Ja, NKW läuft, oder? Hahaha. Ja, man braucht ein bisschen mehr Platz mit so nem SUV. Ja, ja. Der NKW hat noch mehr brauchen gerade. Ja, genau. Ja, ich dachte sich wunderbar. Ja. Also wie gesagt, sieht sie ein bisschen was, aber ansonsten. Genau. Ich würde sagen, dann gehen wir zum Fazit. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ja, Schwabenchacker-Fazit zum Skoda Kodiak. Kodiak? Genau. Mein Fazit. Man merkt, dass sehr viele VW- und Audi-Gene in ihm stecken. Ja, man bekommt im Prinzip Audi-VW-Gene zu einem günstigen Preis, kann man sagen. Mhm. Ein oder andere Stelle, kann man vielleicht noch ein bisschen optimieren. Ja, aber im Gesamtpaket passt das alles so weit. Ja. Für das erste SUV war es gut da drin. Genau. Für das erste SUV wirklich ein schönes Fahrzeug geworden. Muss man echt sagen, ein zweiter der Diesel reicht auch völlig aus, 190 PS. Ja. Und daraus, daraus ist okay, aber oben geht ihm ein bisschen die Luft aus, den Motor. Aber sonst, das passt. Ich würde die 150 PS eigentlich fast gar nicht nehmen. Ja, genau. Also, zu empfehlen sind schon die 190 PS, dann ist man gut eingezogen damit. Ja. Das passt. Wir haben Allrad, wir haben Anhängelastung, wir haben 2,2 Tonnen Anhängelast. Das reicht auch aus. Grundpreis? Grundpreis 25.000. 600. Genau. Und in der Variante, wirklich mit allem was man reinpacken kann, der hat es sogar 50.000. Und wenn man sich anschaut, was er dann alles an Bord hat, das ist ein fairer Preis. Ja. Das passt. Absolut. Sonst, zu den Kosten? Ja. Versichungstechnisch. SF5, 45% liegen wir bei knapp 880 Euro. Bei SF10, das sind 36%, liegen wir bei knapp 700 Euro. Alles Vollkasko natürlich. Bei SF15, 30% sind es 600 Euro. Von der Einstufung her ist er noch gut, weil den gibt es ja noch nicht so lange. Erst seit einer Woche. Dann erstmal vielen Dank an das Autohaus Weber in Walderstadt. Herrenberg, Karl von Leonberg. Dann an Walderstadt, an Skoda, Herrn Goede, der uns das Fahrzeug gleich gegeben hat. Ich habe gesagt, nehmt ihn mit. Erst eine Woche da und schon gecheckt. Also finde ich klasse. Geht da mal hin. Sagt einen Gruß von den Schwabencheckern. Genau. Ich finde es ja was. Ja, ich habe auch nichts zu sagen. Macht Spaß. Viel Platz. Sehr variabel. Ich bin echt positiv überrascht, was das Auto alles kann und was es bietet. Die Details dazu. Ja. Gecheckt. Guter Gecheck. Kodiak. War gut. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.